Ja, Harry, der gutaussehende Metzger. Ich muss dazu sagen, ich werde auch öfters gutaussehend genannt von... Ja, ist jetzt schwierig zu erklären. Ich kann euch auch die Namen nicht sagen und ich kann euch auch nicht sagen, ob die Personen wirklich existieren. Aber in meiner Gedankenwelt existieren die Personen, die mich gutaussehend finden und deshalb werde ich halt öfters so genannt. Das ist mein Kosename, ne? Den hab ich mir auch selber ausgedacht, ne? Harry, der hübsche Metzger! Das bin ich. Verdammt, Harry, wir haben gestern einen halben Stern nach deinem kleinen Auftritt verloren. Jetzt sind wir unten bei einem. Dies hier ist ein seriöses Geschäft und du hast es ruiniert. Du bist gefeuert. Finde ich gut was? Gefeuert? Genau, jetzt zerschwinde aus meinen Augen. Vielleicht sollten Sie aus Ihren Augen verschwinden. Das ist, ich finde, das ist eine legitime Reaktion, weil man kann den gutaussehenden Metzger so nennen. Und ja, ne, finde ich eine ganz humane Reaktion. Finde ich okay. Wie soll ich bei dieser Wirtschaft nur jemals einen Job bekommen? Oh, da ist einer. Alles für die Fans, ne? Hallo auch. Ich bin Harry, der hübsche. Nun, gerade bin ich gar nichts. Ich würde gerne einen Job in diesem Po-Schre-tup-Mock haben. Oh, okay. Haben Sie einen Lebenslauf? Nee. Wie ist denn so die Bezahlung? Wird hier denn hübsch bezahlt? Hier wird der Mindestlohn gezahlt. Perfekt. Okay, das ist eingestellt. Hurra! Hallo? Kann mir jemand helfen? Und hier ist Ihr erster Auftrag. Hallo auch, mein lieber Mann. Ach so, man muss auch noch arbeiten. Ich dachte, ach so, nee, dann. Dann hätte ich den Job jetzt nicht genommen. Ich starte jetzt und man kriegt einfach den Mindestlohn und muss da nichts machen. Also, er muss ja jetzt wirklich noch arbeiten. Also, das ist ja, das ist wirklich frech, weil der ist ein gutaussehender Metzger. Der muss nur gut aussehen. Ne? Komisch. Ich werde Ihr Problem ratzfatz lösen. Einfach Willwerfen. Man nimmt mich nämlich nicht umsonst, hübsch. Nun, hübscher. Mein Computer will nicht funktionieren. Ich habe bereits alles ausprobiert. Hm, nun probieren wir das. Ich funktioniere nun. Du bist gefeuert, Harry. In diesem Fall bin ich schon weg. Ich finde, er macht seinen Job klasse. Direkt befördern. In Ordnung, ist er das? Nein, nein, er hatte kein Gesicht. Meinen Sie so? Ja. Oh Gott, das ist er. Das ist er. Also, das ist meins. Es ist aber, ich kenne das Gefühl ja selber, es ist wirklich schwierig als gutaussehender Mensch. Entschuldigung, ich habe gerade irgendwie gelacht hier, weil ich weiß es nicht, wieso. Also, ich muss wirklich sagen, als gutaussehender Mensch. Oh, Alter, was ist denn los jetzt mit mir? Es ist wirklich schwierig, einen Job zu finden. Weil es ist halt, ist nicht schön. Das ist eine Last. Das ist wirklich eine Last. So, die muss ich jetzt tragen. Ich muss damit jetzt auch leben. Aber es ist nicht schön. Es ist wirklich nicht schön. Glaubt mir. Es ist nicht schön. Ja, das glauben wir bestimmt jetzt ganz schön. Sexy Metzger. Keine Sorge, Mr. Manager. Wir kriegen diesen Harry schon. Wo auch immer er ist. Harry, der hübsche Metzger. Das bin ich. Ja, der ist aber kein Metzger mehr. Das ist jetzt aber auch wieder fake, ne? Ja, ich kenne das doch. Ich kenne das doch. Ich bin halt nicht gutaussehend. Und es ist halt wirklich schwierig, weil ich habe keine Talente. Ich kann atmen. Es reicht aber nie. Es reicht den Leuten nie. Es reicht den Leuten nie. Und dann sagen die Leute zu mir noch zu arbeiten. Nee, dann mache ich doch mein schönes Gesicht kaputt. Wie soll ich denn da jetzt noch arbeiten? Das geht nicht. Dann mache ich meine Frisur noch kaputt. Kann ich nicht. Ich kann gut aussehen. Ja. Also kann ich auch nicht. Aber das könnte man. Wenn man gutaussehend ist. Aber es ist halt... Alleen schon nur, weil er ein gutaussehender, arbeitsloser Metzger ist, sollte er eigentlich schon Geld irgendwie bekommen. Ist einfach so. Der hat es verdient. Der tut ihm auch leid, der arme Kerl. Es ist halt eine Last, gutaussehend zu sein. Ich kenne es halt nicht. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt euch, überlegen Sie uns auch ein Kanal wieder an. Lastliebe da, Lastkommentare da, Lastwortstand da. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Haut rein. Und tschüss.